Er stank aus allen Knopflöchern Gestank stinkt mehr als Mief, Mief stinkt mehr als übler Geruch, und auch bei üblem Geruch rümpft man schon die Nase. Dabei war es nicht Mr. Stinks Schuld, dass er so stank. Er lebte auf der Straße. Er hatte kein Zuhause und darum nicht die Möglichkeit, wie du und ich, sich ordentlich zu waschen. Mit der Zeit wurde sein Geruch schlimmer und schlimmer. Mr. Stink hatte einen kleinen schwarzen Hund, die Gräfin. Sie gehörte keiner bestimmten Rasse an, sondern war einfach irgendein Hund und stank ebenfalls. Allerdings nicht so schlimm wie Mr. Stink. Nein, nichts auf der Welt stank so schlimm wie er. Eines Morgens tauchte Mr. Stink in der Stadt auf und ließ sich auf einer alten Holzbank nieder. Niemand wußte, woher er kam oder wohin er ging. Die Bewohner der Stadt behandelten ihn im Großen und Ganzen anständig. Aber richtig freundlich war niemand zu ihm. Keiner blieb stehen, um ein bisschen mit ihm zu reden. So lange jedenfalls nicht, bis eines Tages ein kleines Mädchen allen Mut zusammennahm und Mr. Stink ansprach. Dies ist der Moment, wo unsere Geschichte beginnt. Guten Tag, sagte das kleine Mädchen und ihre Stimme zitterte vor Aufregung ein wenig. Das Mädchen hieß Chloe. Sie war erst zwölf. Herr Schuckrlick. Heiken. Herr Schuckricks. Vielen Dank.